Damit ihr ruhig schlafen könnt, gucken wir das Sascha-Video schnell. Okay, Freunde. Und dann sind wir alle glücklich. Cool. Deutsche Memes, die fein raus aus dem Schneider sind. Heißt das Video. Das Video ist fünf Minuten lang. Holy shit. Einfach doppelte Länge heute. Was ist denn da los, Bro, Sascha? Holy shit. Heute hat mir Luca deutsche Memes zukommen lassen. Und diese Folge ist was ganz Besonderes. Das heißt, ich schaue mir gleich die Videos an, die ihr Luca gesendet habt. Ich versuche natürlich währenddessen nicht zu lachen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem... Ich spiele natürlich mit und ich werde auch nicht lachen, Freunde. Ersten Clip. Let's go. Bitte schön, mein Bester. Ist eine neue CD. Ja, das fängt schon wieder gut an. Nicht zu lachen und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Clip. Let's go. Bitte schön, mein Bester. Ist eine neue CD von mir. Hau rein, mein Bester. Das ganze Team ist dabei, Digga. Ich habe mich hier nur verkrochen, damit niemand meinen Schwanz sieht. Fehlt deinem Schwanz irgendwas? Dem fehlt nichts. Aber es gibt auch nichts, was er wirklich gut drauf hat. Und die anderen Schwänze könnten sogar im Zirkus auftreten. Während meiner einfach nur so ab umhängt. Wie bitte? Wenn man jetzt so im Nachhinein als Erwachsener die Kinderkanäle anschaut, die man früher im Fernsehen konsumiert hat, merkt man, dass es eigentlich leicht doppeldeutig war, oder? Ja, das ist wirklich ein total wiegsamer Schwanz, den du da hast, Bo. So, Bro, ihr müsst euch vorstellen, das haben sich erwachsene Menschen ausgenommen. Können wir bitte nochmal ganz kurz Simon und Unge auf Wish sehen? Hallo, YouTube? Okay. Wie sich Tobias fühlt, nachdem er auf die Frage, was geht, mit alles, was beinahe hat, geantwortet hat. Monte 24 ist fein raus aus dem Schneider. Ob ich das drüber mecke oder nicht, ändern wird es sich wahrscheinlich doch nicht, würde ich behaupten, ne? Ich bin froh, dass mein Zug fährt und damit bin ich fein raus aus dem Schneider. Was? Und damit bin ich fein raus aus dem Schneider. Damals, 1999, als Marcel noch aus Bruxhule verreist ist und die RTL-Reporter nicht ignoriert hat. Ich habe kurz mit der gequatscht, aber ohne Kamera, aber ich gebe keine Interviews, Digga, für Fernsehen. Oh nein, nein, nein. Oh nein. Digga, Eiseezitrone ist ultra geil, viel besser als Eiseezitrone. Los. Habt ihr dann bei diesen Zoom-Interviews während Corona wirklich die ganze Klasse so gesehen? Wie schnell fliegt ein Flugzeug auf Reisehöhe? Etwas mehr noch, ne? Um die 11, 12.000. Bro. Digga, what the fuck? Du wärst in einer Stunde in, weiß ich nicht, in Hanoi oder so, wenn du mit 11.000 kmh fliegen würdest. Kilometer pro Stunde, ne? Heftig. Äh, Trimax? Wahrscheinlich fliegt so... Jo. Äh, Trimax? Moin, Leute. Trimax Air. AMG. Bro. Wahrscheinlich fliegt so ein Passagierflugzeug 11.000 bis 12.000 kmh, Bro. Merkt man aber gar nicht, weil man halt relativ langsam beschleunigt. Man wird halt immer schneller. Ich hab noch nie Yarak gegessen, weil ich liebe Döner und Kiva. Sie hat noch nie Yarak gegessen, aber sie könnte ja... Ich weiß nicht genau, was Yarak bedeutet. Das ist irgendein türkisches Gericht auch. Ich glaub, es ist sowas wie Lachmarschuhen. Nico, bei jedem neuen Auto, was er sich holen. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Berlin. Hä, nein. Oh, Europa. Nachdem Trimax innerhalb von vier Stunden einmal um die Welt reist, haben wir heute auch noch erwarnt, dass die Hauptstadt von Deutschland einfach Europa ist. Ich habe mies recherchiert. Ich darf mich nicht von Geld verleiten lassen, Dinge zu tun. Das hier ist ja jetzt kein Strip-Online-Stream. Doch. Okay, dann haut mal die Taulys raus. Boah, ich muss grad so... Ich stell mir grad so vor, wie du ähm... ausrastest. Ja, Dings, ähm, ich hab meine Mutter gefragt und boah, muss ich furzen. Ja. Boah, nochmal. Oha, okay. Ja, same, bro. Sascha, was zum flying fuck, Alter? Ich weiß jetzt grad nicht, ob wir eine Sprachmemo gehört haben von damals Marcel vor dem Stimmbruch. Komm, Slammit, ja. Ehrenhaft von der jungen Dame, dass sie einfach die Sprachmemo nicht abbricht, sondern einfach weiter durchzieht. Verliebt! Das, was uns gezeigt wird von der NASA. Ey, der müsste echt mal ein Video zusammen machen mit Leon Lovelock, Realtalk. Antonia. Digga. Oh, Digga. Antonia. Das war's komplett, bro. Weiter durchzieht. Verliebt! Das, was uns gezeigt wird. Ey, der müsste echt mal ein Video zusammen machen mit Leon Lovelock, Realtalk. Meine Mutter, wenn ich vom Rasenbein mit meinen Freunden wiederkomme. Das seid ihr? Bro, Cindy, ich meinte immer, dass ich diese Sendung, dieses, äh, der Bär im großen Blondhaus, das nie geguckt hab und es überkacke fand. Cindy meinte, das war ihre Lieblingssendung damals. Ha, das seid ihr? Hallo, wer ist da? Sein Name, Baba Amabarati. Viele fragen... Hallo, wer ist da? Baba Amabarati. Sein Name, Baba Amabarati. Viele fragen sich nun, was passiert eigentlich genau, wenn ich Kokain nehme? Das ist die Verwaltung zum Werwolf! So ist die Verwaltung zum Werwolf! Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus! Ich glaub, wenn Jens auf Kokain wär, würde er sich weiterentwickeln. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich kann dieses Format nur drehen, indem ihr Luca Memes zukommen lasst. Das heißt, falls ihr... Bro, ich muss wirklich sagen, das war, äh, von den letzten 10 Sascha-Videos mein Favorite. 100%ig, das war echt lustig. Gut Job, Sascha. Daumen nach oben. Und dann war es auch noch 5 Minuten lang, Digga, was will man mehr? Als Memes am Startup, schickt die bitte an diese E-Mail-Adresse hier. Geht Kuss raus. Kuss, geht raus. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehembrunne-Basis einabon... Ja, weil ich nicht dabei war, das wird es gewesen sein, ne? Geht's. ...für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Tschüss, Sascha. Ich komme. Ja, Sascha, war ein super Video, vielen Dank. Lass einen Daumen nach oben da. Bla, 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 bla. Abonniert den Kanal, check den Gaming-Channel aus... Ah, ich kenne die Scheiße. Danke, tschüss. Tschüss, vielen Dank.